Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir die vierte Etappe von durch Wald und Reben. Heute geht es von Oberkirch bis nach Rammersweiher. Wenn ihr wissen wollt, wie diese 17 Kilometer so sind, dann bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hallo und guten Morgen. Heute wird nicht so viel geredet, da wir einen straffen Zeitplan haben. Wir haben jetzt noch etwa 8 Kilometer vor uns, dann sind wir am Auto. Danach haben wir noch 200 Kilometer bis nach Hause. Deswegen, sonst wird das alles zu lange dauern. Und heute Morgen war ich auch nicht gut drauf, denn es gab kein Frühstück um 8 Uhr, wie es vereinbart wurde. Wir waren um 8 Uhr, wir waren um 8 Uhr dort, nichts, keine Mäntenseele da. Gestern Abend war eine große Party, sprich eine Hochzeitsveranstaltung, anscheinend waren die da einfach nicht ausgeschlafen. Um halb neun kam erst der Erste und dann waren sie immer noch nicht fertig mit dem Buffet etc. Dann sind wir einfach gegangen, haben bezahlt, aber ohne das Frühstück und sind in die Bäckerei Beißer. Und dort war es richtig lecker. Daumen hoch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF. Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir die vierte Etappe von Oberkirsch. Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir die vierte Etappe von durch Wald und Reben. Heute geht es von Oberkirsch bis nach Rammesweier. tsch bis nach Rammesweier. Ah.